Hey, willkommen zurück. Heute klären wir, wie du ihr Interesse wiedergewinnen kannst oder die Anziehung wiederherstellen kannst, wenn die verloren gegangen ist. Also, schön, dass du wieder da bist. Eine Frage, die ich heute bekomme. Wie kann man das Interesse zurückkriegen? Wie kriege ich sie wieder? Die Frage geht auch so ein bisschen in dieses Thema. Wie bekomme ich meine Ex-Freundin wieder? Wie kann ich ihr Interesse wiedergewinnen? Wie kann ich die Anziehung wiedergewinnen? Und wenn du nicht nur dieses Thema, nicht nur über dieses Thema was wissen willst, sondern den gesamten Dating-Prozess verstehen willst, von wie baue ich überhaupt erstmal Anziehung auf? Wie mache ich die Dates? Wie komme ich dann zu Sex und Beziehung? Dann kannst du dir mal mein Buch besorgen, nämlich Der Zeus Mann. Das gibt es jetzt auf Amazon. Da habe ich diesen ganzen Prozess beschrieben. Erster Link in der Beschreibung kommst du zu der Buchseite Der Zeus Mann auf Amazon. Aber heute wollen wir uns diesen kleinen Teil rauspicken, in dem es darum geht, okay, wie kann man den Interesse zurückgewinnen? Wie kann man vielleicht auch die Anziehung zurückgewinnen? Und da gibt es erstmal zwei Fälle, die wir hier unterscheiden wollen. Den einen Fall, den wir uns jetzt nicht angucken, weil er mit unserem Thema nichts zu tun hat. Und den anderen vielleicht häufigeren Fall. Nehmen wir mal an, du datest jetzt eine Frau und ihr habt ein paar tolle Dates, aber irgendwie findet ihr im Laufe der Dates raus, dass sie eher auf der Suche nach einer Beziehung ist, weil sie jetzt in den nächsten zwei Jahren eine Familie gründen will. Und du eher auf der Suche nach ein bisschen Erfahrung oder Spaß bist. Nennen wir es mal so. Und jetzt ist es natürlich so, dass ihr absolut unterschiedliche Vorstellungen habt, absolut unterschiedliche Ziele, Richtungen, die ihr gehen wollt. Und dann kann es natürlich sein, dass sich dann nach den paar Dates das Ganze halt auseinander dividiert, sage ich mal so. Und das ist dieser Fall, der natürlich passieren kann und der dann nicht auf dem beruht, was wir jetzt gleich besprechen oder sage ich mal nicht so sehr auf dem beruht, was wir gleich besprechen, sondern eher darauf, dass ihr einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen habt. Dass ihr einfach ganz unterschiedliche Richtungen wollt. Und das, was wir gleich besprechen, kann einen Einfluss darauf haben. Aber in diesem, ich nenne es mal Spezialfall, ist es so, dass, ja, mein Gott, ihr habt eine unterschiedliche Vorstellung, sie will Familie, du jetzt nicht in den nächsten zehn Jahren. Als Beispiel, so krass wird es wahrscheinlich nie werden, aber nehmen wir mal an, es wäre so. Und dann ist natürlich klar, ja, dass es da irgendwie nicht passt und dass das Interesse auch verloren gehen kann, aufgrund extrem unterschiedlicher Vorstellungen. So, jetzt gucken wir uns aber mal den viel häufigeren Fall an, nämlich man passt gut zusammen, man versteht sich, man hat ein paar Dates, vielleicht schläft man auch beieinander, hat vielleicht ein paar mehr Dates und irgendwann ebbt das Ganze dann so ein bisschen ab. Das Interesse geht verloren, sie meldet sich vielleicht nicht mehr so viel, die Anziehung geht verloren, das ist dein Gefühl, so kriegst du das mit. Und jetzt die Frage, was kannst du denn da tun? Und wie gesagt, diesen Spezialverlass sind wir hier mal außen vor, aber dass ich es dir jetzt erkläre, kann auch dort funktionieren. Nur ist halt die Frage, wie sinnvoll das ist, weil ihr immer noch unterschiedliche Vorstellungen habt. Was du verstehen musst oder eine der häufigsten Gründe, warum das Interesse dann verloren geht, auf Seiten der Frau ist, dass du als Mann zu verfügbar bist, dass du immer da bist, dass du keine, ja, dass keine Spannung mehr da ist, dass du einfach, ja, zu viel auch teilweise für die Frau machst. Und das ist sehr, sehr stark verankert hier in unserer Gesellschaft, dass wir das Gefühl haben oder auch gelernt haben, hey, ja, wir müssen uns voll um die Frau kümmern und immer für sie verfügbar sein und wenn sie schreibt, immer sofort antworten und dies und das. Und ich sage, Treffen mit meinen Freunden ab, um die Frau sehen zu können. Und das spielt alles auch rein in diese Nice-Girl-Symptomatik, über die wir in den letzten Videos geredet haben. Aber was du grundsätzlich verstehen musst, ist, wenn Anziehung am Anfang da war oder großes Interesse da war und es dann verloren geht, dann kann es oder liegt es auch in vielen Fällen einfach daran, wie gesagt, kann auch in dieser anderen Sache liegen, aber liegt es in vielen Fällen auch einfach daran, dass du, ja, zu schnell, zu viel wolltest. Da gehe ich auch im Buch der Zeugsmann noch genau darauf einheitlich jetzt hier im Video, aber hier einfach mal die Sache angerissen. Du wolltest zu schnell, zu viel. Also gehe einfach ein bisschen entspannter an die Sache ran und fixiere dich nicht, und das ist ganz wichtig, sofort auf diese eine Frau, die du jetzt ein-, zweimal gedatet hast, sondern lerne weitere neue Frauen kennen, date weitere neue Frauen. Das habe ich dir schon mal gesagt, dass es wichtig ist, dass du neue Frauen kennenlernst, während du auch eine andere Frau kennenlernst. Und zieh dich auch einfach mal zurück. Das heißt, wenn du jetzt merkst, du schreibst mit der Frau und vielleicht willst du auf ein Treffen hinaus oder du schreibst generell mit der Frau und irgendwie kommt von ihr nicht mehr so viel zurück, sie gibt dir keine richtigen Treffenszusagen mehr oder nur so halbarschige Zusagen oder von ihr kommt generell nicht so viel. Es dauert sehr, sehr lange, bis sie antwortet, ohne dass es dafür jetzt einen extrem triftigen Grund gibt. Angenommen, sie ist eine Woche im Urlaub, dann ist vielleicht klar, warum sie nicht so viel antwortet. Aber allgemein, und das ist interessant, Männer, genau wie Frauen, haben ein sehr gutes Gefühl dafür, wenn diese Dynamik sich ändert. Also du wirst es wahrscheinlich mitkriegen, ganz instinktiv es spüren, wenn sich da was ändert und das Interesse bei ihr verloren geht. Und dann beobachte einfach mal dich selbst oder schau einfach mal auf dich selbst und guck mal, okay, wie sehr bist du denn in dieser Beziehung? Bist du vielleicht zu tief drin? Machst du zu viel? Bist du immer verfügbar? Gibst du zu viel Preis? Bist du da einfach die ganze Zeit da? Dann ist es jetzt an der Zeit für dich, dich einfach ein bisschen zurückzuziehen und deinen Fokus wieder auf andere Sachen zu lenken. Denn oft passiert es, und das kennst du vielleicht auch, es nennen wir mal den Freundeskreis, oft passiert es, dass ein Mann, der in eine Beziehung kommt, zum Beispiel seine Freunde vernachlässigt oder andere Lebensbereiche vernachlässigt, weil er sich denkt, oh mein Gott, jetzt habe ich endlich hier diese Beziehung gefunden oder endlich die Frau meines Lebens gefunden oder was auch immer und jetzt muss ich da wirklich alles rein investieren. Aber die Frau möchte gar nicht, dass du alles in sie rein investierst. Die Frau möchte, dass du ein Leben hast. Die Frau möchte auch Teil deines interessanten Lebens sein. Die Frau möchte Teil deines Projektes sein, Teil deiner Mission. Und daher ist es ganz wichtig, dass du eine Mission hast und ein Leben hast und dass du dich kümmerst, ein Leben außerhalb dieser Beziehung. Und das ist ganz, ganz wichtig, damit die Frau dich auch vermissen kann. Denn es ist ja klar, ich kann niemanden vermissen, den ich die ganze Zeit verfügbar habe. Also das kannst du dir ja vorstellen, wenn du jetzt einen Kumpel hast, mit dem du jeden Tag schreibst und jeden Tag telefonierst, dann kannst du ja auch gar nicht an den Punkt kommen, diese Person mal zu vermissen. Denn es geht ja gar nicht. Da gibt es ja gar keinen Abstand, der da entsteht. Und dieser Abstand ist eben wichtig, um auch ein bisschen Interesse und Spannung zu halten. Da haben wir auch in den vergangenen Videos drüber geredet. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn sowas passiert, du dich auch wieder umfokussierst auf andere Sachen in deinem Leben, mal nicht so viel Zeit in die Frau investierst. Und dann wirst du merken, das muss nicht hundertprozentig so sein, aber du wirst wahrscheinlich merken, dass auch die Frau spürt, da ändert sich was. Okay, jetzt hat sich die Dynamik geändert, er ist nicht mehr so verfügbar. Und dass die Frau dann ganz automatisch wieder mehr in die Beziehung investiert. Es kann natürlich sein, dass du es schon bis zu einem so krassen Punkt gekippt hast, dass die Frau sehr froh ist, wenn du dich dann nicht mehr meldest, weil es einfach viel zu viel war. Aber es ist wirklich so, dass in 80% der Fälle Männer die Frauen einfach zu sehr chasen, also jagen, einfach zu sehr reingehen, zu viel andere Dinge vernachlässigen. Und du musst verstehen, dass wenn eine Frau dich interessant fand, gerade im Hinblick auch auf eine Beziehung, dass sie wahrscheinlich dein ganzes Leben interessant fand oder auch vielleicht dein Ziel, deine Mission, deine Vision von deinem Leben interessant fand, dich als Mann interessant fand. und das verlierst du eben, wenn du den Fokus voll auf die Frau legst. Und ich weiß, das wird uns so beigebracht, das hören wir immer wieder, aber mach das nicht. Tu dir und der Frau etwas Gutes, indem du dich umfokussierst. Und das kannst du auch diesen Fokus, das solltest du von Anfang an so machen, also du solltest von Anfang an so im Kopf haben, okay, klar, die Frau richtet meine Aufmerksamkeit und wenn ich mit der Frau bin, dann bin ich auch vollkommen mit ihr, mit meiner vollen Aufmerksamkeit, absolut klar, aber ich fokussiere mich auch auf die anderen Dinge, die sind genauso wichtig, ich bleibe bei diesen Sachen, investiere da genauso viel Zeit rein und das ist das, was auf Dauer so die Balance halten wird in der Beziehung mit der Frau und wie immer, wenn ich das sage, meine ich mir Beziehung nicht nur eine Beziehung, Beziehung, sondern auch eben was rein Sexuelles. Das ist, diese Symptomatik, diese Systematik funktioniert überall gleich und wenn Männer tendieren dazu, da spreche ich auch im Buch genauer drüber, wenn Männer tendieren dazu, uns, ja, ja, schneller zu verlieben oder schneller mehr in die Beziehung zu investieren und ich erkläre das ganz genau im Buch, aber es gibt so eine Art, ja, Breakpoint im Sinne von, am Anfang investiert sehr viel der Mann bis zu irgendeinem Punkt, wo dann die Frau auch spätestens in der Beziehung dann anfängt, ein bisschen mehr zu investieren, aber sei einfach, pass einfach auf, dass du am Anfang nicht das volle Investment fährst, sondern konzentriere dich auch auf andere Sachen und ich meine hier gar nicht damit, okay, du darfst dich nicht auf die Frau fokussieren, das ist nicht der Punkt, aber die meisten Männer haben doch die Tendenz dazu, sich auf ungesunde Weise auf die Frau zu fokussieren, sodass sie ständig über sie nachdenken und dann andere Sachen dafür vernachlässigen und wenn du in diesem Zustand bist und da kann man schnell hinkommen, dann weißt du, dass es eine problematische Situation ist, wenn du nicht in diesem Zustand bist, wenn die Frau nicht die ganze Zeit deine Gedanken okkupiert, dann ist es vielleicht nicht so wild, wenn du einfach die Treffen mit der Frau ausmachst und wirklich dann, wenn du mit der Frau bist, dich auf die Frau konzentrierst, aber ansonsten an deinem Leben arbeitest, was auch immer das für dich heißt, dann ist eigentlich alles in Ordnung und dann wird die Frau auch spüren, dass du sie im Grunde nicht brauchst und das ist das, was die Frau, das möchte die Frau spüren, die Frau möchte natürlich, möchte auf einer Seite von dir gebraucht werden, aber möchte auch das Gefühl haben, du bist nicht abhängig von ihr. Also die Frau freut sich natürlich, wenn sie ein wichtiger Teil deines Lebens ist und die wichtigste Frau in deinem Leben absolut, aber auf der anderen Seite möchte die Frau nicht, dass du abhängig von ihr bist oder bedürftig bist. Sie will nicht so eine Mama-Sohn-Beziehung. Deswegen, wenn das Interesse verloren gegangen ist oder die Anziehung verloren gegangen ist, dann hat es immer meist viel damit zu tun und probier einfach mal, wenn Anziehung oder Interesse verloren geht, dich ein bisschen zurückzuziehen aus der Sache und damit gibst du der Frau auch den Raum, ein bisschen hinterher zu kommen. Du kannst dir das genauso vorstellen. Es fängt hier an in der Mitte vielleicht und dann ist es so, dass die Frau vielleicht ein bisschen weiter nach hier geht und du fängst an, sie hinterher zu haben. Du bist hier und fängst an, hier hinterher zu haben. Und das geht immer weiter so, bis die Hand gleich hier raus aus dem Bild ist und dann ist die Frau quasi weg aus deinem Leben. Nehmen wir mal an, das wäre so. Und was du jetzt einfach tun kannst, also was viele Männer da machen, ist, dass sie denken, oh Gott, ich muss mich noch mehr um die Frau kümmern und dann geht es nur noch schlimmer und irgendwann rennt die Frau weg, weil sie das Gefühl hat, ich kann nicht mehr atmen, der Mann nimmt mir alle Freiheit. Also wenn die Frau an dem Punkt ist und sagt, boah, der Mann nimmt mir alle Freiheit, dann ist es ein schlechter Punkt, der reicht. Stattdessen, was du tun solltest, zieh dich einfach zurück, kümmere dich um dich, dein eigenes Leben, leg deinen Fokus ein bisschen um. Was nicht heißt, dass du gar nicht mehr mit der Frau kommunizieren sollst, aber leg deinen Fokus einfach um. Und dann hat die Frau auch die Möglichkeit, auch dir ein bisschen hinterher zu jagen. Und das machen die Frauen dann auch gerne, genauso gerne, wie du halt auch der Frau ein bisschen hinterher jagst. Das ist ja eine beidseitige Sache. Das ist Teil des Spiels, Teil des Interesseflirt, Anziehungs, ja, gebildet, sage ich mal. Und das ist eben auch in einer Beziehung wichtig. Das hört nicht auf, wenn du in einer Beziehung bist, das musst du verstehen. Das ist eine Sache, die ist nicht nur am Anfang wichtig, das ist auch in der Beziehung ganz, ganz wichtig. Also du siehst schon selbst, wenn jetzt der Frau dir ganz hinterherläufst, dann kann sie ja, hat sie ja gar keinen Raum, auch dich mal ein bisschen zu jagen und sich mal ein bisschen Gedanken um dich zu machen und dich zu vermissen. Den Raum hat sie nicht. Deswegen gib ihr den Raum. Hier ist der Raum, hier in der Mitte. Und dann kann sie dir auch hinterherjagen. Ich hoffe, das war soweit klar. Wie gesagt, wenn du mehr darüber erfahren willst, den ganzen Prozess verstehen willst, Buch, erster Link in der Beschreibung. Ansonsten, glaubst du hier was. Hier links neben mir abonnierst du den Channel, wenn du noch nicht gemacht hast, auch die Glocke abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Unter mir kannst du dich für ein Coaching beim Überwerben die ersten Plätze. Im nächsten Jahr sind es schon belegt, aber es sind auch ein paar Plätze offen. Und hier unten rechts kommst du zu einem weiteren Video mit noch mehr Erfolg, noch mehr Tipps für deine Vollgutfrauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.